So, Herr Malik, ich heiße Malik, stell dir vor, das ganze Leben geht nur eine Stunde. Dann wirst du merken, dass die schönste Zeit nur eine Minute dauert. Wow, was für ein krönender Abschluss. Es war ein sehr schöner Abend. Sollten wir viel öfter machen. Weißt du, immer wenn ich zum Volksfest komme, erlebe ich schöne und witzige Momente. Herr Malik. Ich heiße immer noch Malik. Sie sollen mit mir nicht diskutieren. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, in Ihrer Akte stehen nur negative Sachen. Sie haben sich nicht integriert. Ich fühlte mich lebendig begraben. Ich fragte den Herrn, was soll ich noch betragen? Ich heiße immer noch mal. Aber heute weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich heiße immer noch mal. Ich heiße immer noch mal.